Tag Bayern, 17.30 Uhr. Was trinkst du? Ah, ich meine Spiersi schmeckt. Was? Xabi Alonso. Was trinkst du denn? Eine Schorle. Mhhh, ja. Wow. Du passt über hier, ne? Ja, Auber soll spielen morgen, ne? Ja, aber auch nicht. Ja. Zwei Toren. Ja. Das ist ein Verwenden. Ich schieße mal hier. Ja. 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 Ich koche. Ja, das ist ein Verwenden. Ja. Ich habe eine Verwenden Siemenschen. Ich glaube, Sie machen einen Verwenden, dieser. Ja. Ich kann sie dann einfach darauf nehmen. Das sind nicht dieafkrieg. Das war's für heute. Sagen wir mal, dass wir hier reinkommen, dass wir da noch ein Teil geben. Ah, das ist cool. Und dann, wir machen die Pferde. Na, Sascha, und Dana, jetzt runter. Na, Sascha. Na, Sascha. Ja? Hast du dein Bein am Boden genommen? Schlafen Auto. Oh, das ist toll. Okay. O, du war auf. Vielen Dank.